Raubes Pferd Warum darf ich dich jetzt... So So Jetzt hatten wir jetzt hier Jetzt gibt es hier ganz viel Zeug Das hat mich so durcheinander gebracht Oregano Hier Möhre. Ist da was an dem Baum oder? Ne. Ich spielte nur das Licht mit dem Blatt. Ich seh die blöde Spur nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass es dunkel ist. Was ist das hier so geheimnisvolles? Das ist der Mondschein, der da durch die... Aha. Seltsam. Unbekanntes Tier. Ja, ich nehme mal den. Vielleicht ist es ja der Elf. Das ist der Elf. Das ist aber Pitybulle. Der ist von Lebensmüde. Hat er mich nicht gerochen? Irrsum? Wirklich? Genau, das ist ja der Elf! Wo muss ich jetzt rauslassen? Links, ne? Hunde kann das Tier aber nicht. Noch keine mehr, noch mehr Plattpittis. Plattpippi. Was ist das? Oh, was geht die? Naja, die tragen sich hier irgendwo alle bei den Wasserpflanzen rum. Frisches Wasser. Werden die Pflanzen hier so mitten in die Luft? Bist du, der legendäre Hirsch? Wo ist der legendäre Hirsch? Wo ist der legendäre Hirsch? Ok, mal unten. Kapiti. Die sind alle hier so lang. Der führt nach da, der führt nach da. Da hinten gibt's noch was. ... ... ... ... ... Meinst du, da hat's irgendwas hinter dem? Der sieht mich, aber riecht mich nicht. Ein legendärer Fisch. Ja, eigentlich bin ich ja noch beim Lingen deren Elch. Na, du machst mich fertig. Das ist weil du mich angegriffen hast. Schlechtes Zell brauche ich mich. Das war einfach nur... Was ist denn da? Oh, das ist ein Pfeil. Aber wie soll ich jetzt hier den legendären Fisch? Fisch ist hier. Da gibt's keinen legendären. Auf Pippi. Da muss ja irgendwie mehr zu... Ein Fisch muss mal angeln. Ah, du willst da... Du willst da mit dem Dings drauf schießen. Wer ist denn das da? Ein Elch. Was könnte da sein? Ausdauer ist schon genau. Oh. Das ist wahrscheinlich gefährlich ohne Ausdauer zu schwimmen, ne? Was könnte da sein? Was könnte da sein? Was könnte da sein? Was ist denn gut für Ausdauer? Ach, ich esse hier wieder ein Stück Fleisch. Macht irgendwie alles voll. Wie soll. Die Sonne. Wohf. Wohf. Wisst Gore. Wohf. 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 Ich hab's ja angeschossen. Entweder ist es der gewesen. Oder der. Wo ist der Älchen? Was ist der? Nein. Wenn ich natürlich Schnellwahl mache, will ich das haben, was ich als Bestes hatte. Glaub ich. Ich guck erst mal, was das ist. Das ist einfach nur ein normaler Älch. Oh, das war schön am Ende. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob ich mir Pfeil und Bogen bei dem legendären Hirschen was ausrichten könnte. Der ist ja dann noch stärker. Aber ich glaube immer noch besser Pfeilbunden statt Schrot oder sowas. Kann es sein, dass man die Pflanzen dann nachts... Ich meine, wenn der gerade in die Richtung gefahren ist, kann mir ja nichts passieren, wenn ich hinter dem herlaufe, oder? Da muss ich nicht durchschwimmen. Aber den legendären... Nee, ich habe hier immer noch nichts. Es kinnert dich auf die Ausdauer. Kannst du nicht machen. Ich weiß nicht, lass mir mein Pferd in Ruhe. Irgendwo gibt es hier einen legendären Älchen. Was ist das? Was ist das? Pferd. Was macht der da ein Pferd? Was macht der da ein Pferd? Da war auf jeden Fall das erste Fragezeichen. Das ist echt nicht einfach. Irgendwo hier muss dann ein Älch sein. Auf dieser Seite. Irgendwo muss ich ihn ja treffen. Irgendwo muss ich ihn ja treffen. Das ist zu klein für ein legendäres Zeug. Ich weiß wie die so spockt. Warum kann ich jetzt hier die wilden Möhren nicht pflücken? Geht das echt nur nachts? Es scheint mir so. Vielleicht bin ich deswegen noch nie drüber gestolpert, weil es nur nachts geht? Ich weiß nicht, dass das echt totaler Blödsinn ist. Ein unbekanntes Tier. Wow. Wo ist denn? Wovor geht es denn lang, das unbekannte Tier? Ich sehe auch nichts. Sonst leuchtet es doch immer so. So. Ach da. Jetzt springt sie mir. Hier hört es doch noch auf. Hm. Gueser Elf, dieser Elf. Oh? Hä? Hör das hier auf? Ich such doch immer Code, Spuren und was weiß ich nicht alles. Kann das sein, dass das nur auf diesem kurzen Weg... Vielleicht rieche ich mich hier auf. Wo bin ich denn jetzt? Irgendwo hier musste ich sein, jetzt gehe ich mal nach Osten. Vielleicht muss man auch die Fährten suchen und machen. Weil sonst einem das Spiel dann irgendwie sonst, äh, die nicht vorsetzt. Ich kenne das schon, oder? Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann hören auch die Spuren auf, oder? Welches ist da ja hinter dem Wasser? Ja, manches hört mich das her. Na, es blinkt und bewegt sich scheinbar. Da kommt es doch schon. Ich hätte da was zu verstauen. Ich schiebe auch noch da drunter. Wie geht's dir denn so? Na, ist da was zu fressen. Ich guck mal da rein. Na, du bleib hier. Was kommt mir jetzt hinterher? Ja, okay. Ich licht doch gar nicht. Bleib. Ah, der Schatz im Silbersee. Da war der Schatz hinter dem Wasserfall, oder? Auf jeden Fall ist da auch eine kleine Wolfe. Was ist das da? Nein, nein. Ja. So, Pity-Budel. Und dahinter? Ich hätte mir ein Pferd zu wollen. Was ist der Angler? Wohl nicht den legendären Tisch da raus. Wer ist der mich? Ist das der andere? Das ist auch ein Bulle. Das ist der andere. Das ist der andere. Das ist der andere. Das ist der andere. Es ist nicht so einfach. Aber eigentlich sollte er auf der anderen Seite sein. Was war hier gerade zu sehen? Hm. Wo ist dieser legendäre Elch? Elch. Stimme auf die Ausdauer. Das ist der andere Seite. Ist das mal rutschig? Bist du steil? Okay. Steine rutschig. Keine gute Kombination. Hm. Wo ist mein Elch? Ich glaub den Elch gibt es nur. Jetzt hätte ich den Schlamm getroffen. Das ist keine Elch. Falsche Knarre. Ich will das Ding. Was ist der Waffe für die Bulle? Das ist der Waffe für die Bulle. Hier ist auf jeden Fall das Territorium von dem Elch. Von dem Elchen oder von dem Elch? Ich glaub. Man muss doch irgendwie die ganze Spur von vorn bis hinten verfolgen. Sonst kriegt man den nicht zu sehen. Kann das sein? Was ist das? Wo ist die Elin? Was ist das? Wie kann man da Giftpfeile draus machen? Sie rollt noch. Was ist das? Was ist das? Dann hab ich da irgendein Gift gekriegt. Schlangenhaut schlecht. Säniges Fleisch. Kein Gift. Ich dachte da krieg ich vielleicht Gift. Bevor die mich beißt. Die mich beißt. Und da ist sie dann bestimmt giftig. Den ist was. Was ist das? Zu weit weg. Was ist das? Was ist das? Weiß wie der Hirsch. Was ist das? So weit weg. Weiß wie der Hirsch. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?